So, das Game nehmen wir jetzt hier mal auf. Der Timo, der ist gerade Level 30 geworden. Hat natürlich sehr insane Items. Nämlich keine. Der Klett hier, der hat, ist auch nur mit Dorans Blade auf der Länge gegangen, hat dem Timo dann so lange am Gromp geholfen, dass er abgemountet ist und dann ist er so auf der Länge gegangen. Ja, vollolol. Das Game davor von dem Timo war ein 4.16 Tristana Game. Und das von dem Klett war ein 4.23 oder 4.18 Orn Game. Ich weiß nicht, ob der Typ Level 9 Jahre alt ist oder was mit dem Typen falsch ist. Guck was er macht, macht. Der kommt auf den Lane. Jumpt in die Leute rein und stirbt instant. Der kann nicht mal last hit, der hat 4 Farms, 4. Guck, guck sein Item, man, sein First Item. Vom Team oder was? Ja. Ja, hab ich ja gerade schon gesagt. Das hat nur insane. Oh mein Gott. Easy win hab ich gehört. Okay. Okay. Das war's für heute. 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 Oh mein Gott, das sind alle deutsch. Das war's für heute. 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 Oh mein Gott. Und wenn nicht sogar 8 Mal gucken, ob es für Most Damage in diesem Game reicht. Komm her Jinx, bye Jinx, putz, hab ich sie weggenagelt. Ja hier, Most Kills in Game. Vier fünfte Kill Beteiligung. Was hast du? Du hast 1 Kill, 5 Tote, nice. Ja, was soll ich machen? Ja, nicht inten? Ja, der gegnerische Graves steht 5 war. Ja, warum wohl? Warum geht der das? Vielleicht habt ihr genagelt, äh den... Uh, da ist er Double Kill, da ist er. Boah, ich bin einfach insane hier. 5,7. Also wenn ich nicht bock auf das Game, dann kann ich das so gut carryen. 100%. Das bin ich, ich hab nicht mal ein Ja gedrückt. Lava. Ja, ja. Was? Ich will noch einen killen. Drück Ja. Drück jetzt Ja, ich hab keinen Bock mehr. Drück Ja jetzt. Das ist Zeitverschwendung. Drück Ja. Ey, ich kriegst kein Ohno. Drück Ja, ich kriegst kein Ohno. Du kriegst ja, ich kriegst kein Ohno. Äh... Man, ich werd doch noch einen Kill. Naja, dat war hier. Ein Musterbeispiel aus meiner History. Ihr fragt mich, warum ich so viele Games brauche. So viele Games brauche ich noch. Ne, ich schwöre, das liegt safe an dir. Deine MMR ist genauso hoch wie die von denen. Auf jeden Fall. Geil. Geil. Silber eins. Jawoll, Mr. Chuck. Jawoll. Hast du dir auf jeden Fall nach diesem insane Gameplay verdient. Naja, meine Kleinen. Ich hoffe ihr hattet Spaß. Und bis zum nächsten Mal. Ich hoffe ihr seid mindestens neun Jahre alt. Sonst seid ihr nix für LOL. LOL ist ab 13. Viel Spaß.